Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial. Wir haben Ackerbau und Düngen schon gespielt, deshalb werden wir jetzt mal das Ballenpressen machen mit den, denke ich mal, neuen Pressen, neuen Ballen, falls sich da irgendwas verändert hat, wir wissen es nicht. Entschuldigung, und wir gucken uns das einfach mal an. So, hier im Hintergrund diese wunderschöne Map, die ich zum Glück nicht spielen werde, weil leider ist bei der Installation kein SDK-Order verfügbar und es gibt nichts Mod-Map mäßig im Verzeichnis noch nicht, leider, und deshalb muss ich da ja noch ein bisschen warten. Ne, ok. Wir haben unseren großen Ballverfolger hier, wir haben etwas größeres Gewicht, und wir haben natürlich die große Presse, steigen wir mal ein. Wir gucken mal erst die Presse an. So. Wollen wir vorne unser Gewicht mal rantasten. So. Klappen wir die Presse erstmal auf. Senken den Pick-up. Ach, guck mal, das sind übrigens die neuen Spaden, die wir jetzt haben hier, ne? Ganz schön gemacht. Sieht zwar ein bisschen aus wie eine, naja, sieht aus wie wie eine Betonmasse gefärbt aufs Feld gelegt oder irgendwie eine andere Masse. Sieht optisch aber auf jeden Fall nicht aus wie Stroh. So, mal gucken. Alles klar, wir schalten die Presse an. Okay. Wir schalten die Presse an. Und wir werden pressen. So. Spiegel sind mal richtig eingestellt, zumindest halbwegs. Finde ich schon mal nicht verkehrt. Und da kommt auch schon die erste Ball heraus. Und ich denke mal, viel hat sich nicht geändert am Ballen. Ne. Na gut, ist nicht schlimm. Mal weiter pressen. Sieht auf jeden Fall schön aus. Ich gucke mal noch in die Konsole, so eine kleine Krankheit von mir. Guck mal ab und zu, egal was ich mache, immer in die Konsole rein. mal so an sich. Aber so an sich, Strohsparen sehen da nicht schlecht aus, ne? Also finde ich zumindest. Sehen jetzt nicht hässlich aus. Okay. Jetzt haben wir hier den Akro-Shen-Auto-Stick und unseren Cent 39. Ah, Fahrtrichtung Sexen. Ne, komm. Okay. Ich denke mal auf B, genau. Jetzt werden wir die Balle jetzt mal einsammeln und fahren hier. Und damit neue Sounds bekommen. Der Akro-Shen hat neue Sounds bekommen. Hört sich irgendwie Monophon an. Finde ich. Hört sich irgendwie Monophon an. Das finde ich so persönlich. Aber gut. Okay, alles klar. Nur ich will nicht mal wegfahren. Ich hoffe, es kommt kein Zug. Ne, kommt nicht. Oh. Fahr in die falsche Richtung. Ah, da hinten. Okay, alles klar. Kommt kein Zug. Dann können wir weiterfahren. Super. Auch von innen. Gar nichts so schlecht, muss man sagen. Müssen wir wieder auf O. Ne, gar nicht wahr. Z ist das jetzt, okay. Früher war es immer O. Machen wir noch mal Z, okay. Und noch mal Z. So, wo ist denn hier der Trigger? Okay, alles klar. Oh, okay. Vielen Dank.